Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us 2. Nach der überaus bedrückenden und krassen letzten Folge, bei der Ellie zusehen musste, wie Joel getötet wird, werden wir jetzt erfahren, wie es weitergeht mit ihr und denen. Wer genau sind die? Sind es wirklich die Fireflies, die sich rächen wollen? Aber das wäre durchaus verständlich und so. Aber warum suchen die dann nicht nach Ellie vor allem? Warum wollen sie sich unbedingt an ihm rächen statt, ne? Ich meine, das Heilmittel ist noch in Reichweite. Ist Ellie wirklich überhaupt der einzige Mensch, der immun ist? Naja gut, Fragen über Fragen. Vielleicht hat es auch mit den Ereignissen aus dem ersten Teil gar nichts zu tun. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. Oh mein Gott, Ellie. Ellie. Tut mir leid. Jessie? Sie sind hier unten! Nein. 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 Hi. Hi. Kann ich mich setzen? Ja. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie kann uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Sie sollen also damit davonkommen? Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre er das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacken gestohlen waren? Das ist... Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich geh morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist, wie stark... Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja. Dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut. Das ist gut. Okay. Amen. Ich möchte zu seinem Haus bevor wir gehen. Um etwas von dort mitzunehmen. Okay. Ich konnte nicht zu den Pferden. Anscheinend hat Tommy eins genommen. Jetzt hat Maria die Stelle abschließen lassen. Ach, scheiß Tommy. Unterwegs fällt dann schon noch was ein. Ein Auto oder ein Pferd oder so. Ist er jetzt alleine los quasi, oder wie? Und sie kommt mit uns, oder wie? Ich auch nicht. Genau das war meine Sorge. Wenn du gehst, gehe ich auch. Keine Diskussion. Musst du deinen Rucksack holen? Den habe ich bei den Osttoren versteckt. Ich dachte, da schlüpfen wir raus. Ich gebe das alles. Hey. Was brauchst du? Ich hol's dir. Ich will's machen. Okay. Ich bin okay. Komm. Ich warte hier unten. Danke. So. Jetzt müssen wir uns hier erstmal alles genau in Ruhe anschauen. From Ellie. Das haben wir offensichtlich gezeichnet. Nicht schlecht. Könnte fast ein Artwork von dem Spiel gewesen sein. Wink wink. Dinosaurier. Dino-Nychos. Das war ein guter Tag. Riesen der Vergangenheit. Dino-Nychos. Da hatten wir auch ein Buch in unserem Zimmer, ne? Viel Dinosaurier und Astronauten. Space-Zeugs. Ziemlich cool. Eine Eule. Dazu fällt der Ellie nix ein. Ah doch. Sie zeichnet ein Bild einer Eule in ihr Buch. Hat sie auch was dazu geschrieben? Nö. Einfach nur eine Eule. Warum nicht? Oh, was ist denn? Ist das ein neuer Eintrag? Ich schmecke Eisen. Wunden brechen auf, wenn ich singe. Du warst das weiche Sirene des Nylons. Der Geruch von Holz, der volle Klang. Saiten aus Stahl klingen heller. Sie geben dein Echo falsch wieder. Und lassen mich mit Ross zurück. Mir bleibt nur unser letztes Gespräch. Zig wiederholende Akkorde. Harmonie im Blut. WLF, Washington Liberation Front. Wer sind die? Tommy sagt, ihr Name sei Abby. Die Washington Liberation Front. Ja. Was hat Joel getan? Was so viel Hass gegen ihn. Ich traue ihm ja alles zu. Wir haben ihn ja kennengelernt im ersten Teil. Und da hat er anscheinend seine schlimmsten Zeiten schon hinter sich. Ich will nicht wissen, was der alles angestellt hat in seinen jüngeren Jahren. Insofern hat er wahrscheinlich, gibt es wahrscheinlich viele Leute, viele Gründe, warum er ihn ermorden wollen würde. Das ist eigentlich cool. Das ist eigentlich deswegen ziemlich cool, weil es in der Geschichte bisher keine Bösen gibt. Im Grunde. Wahrscheinlich war Joel. Wahrscheinlich war Joel der wahre. Wenn man einen finden will. Der wahre Antagonist in der Geschichte. Naja, ich bin wirklich sehr gespannt, wo das noch alles hinläuft. Weil da gibt es bestimmt Reveals. Mit denen rechnen wir vielleicht gar nicht. All die Versprechen bei Sonnenuntergang. Ich habe sie ernst gemeint. Ich habe sie ernst gemeint. Genau wie alle anderen. Das haben wir aufgeschrieben, als wir die Gitarre gesehen haben. Na gut. Oh, geschnitzt hat er auch. Das ist aber schon... Das ist schon crazy, ey. Das ist schon... Ein fucking hohes Niveau. Guckt euch an, wie die Jacke vom Körper des Reiters absteht und wie dünn der Hut ist. Niemand kann sowas schnitzen. Der war ein fucking Genie. Naja. Oh, die Wage bewegt sich nicht, wenn wir uns darauf stellen. Schade. Ich hätte von einem Naughty Dog Spiel hätte ich so einen Detailgrad nicht erwartet, aber hätte mich nicht gewundert. Das wäre cool gewesen. Das wäre das auffallend rote Kästchen. Space. An Idiots Guide to Space. Es ist schon interessant. Die gleichen Sachen, die wir bei Ellie zu Hause gefunden haben. Vom Interessengebiet her. Die Hose nehmen wir nicht, oder was das ist? Das ist nur gut. Ich komm gleich. Ich will ja nicht... Ich will ja nicht nitpicky sein. Ich will ja nicht Kleinigkeiten hier, aber die Box, die spawnt zu früh. Kackspiel. Eins von zehn möglichen Punkten für den total zerstörenden, Atmosphäre zerstörenden Fehler. Untragbar. Ach, guck mal. Da ist er als seine Tochter. Kennen wir das Foto aus dem ersten Teil? Steht das da schon im Wohnzimmer? Denke schon, oder? Bin mir aber nicht sicher. Tja, da draußen geht ein Pferd. Richtige Spiegelung? Mit Spiegel und Person und so? Ha! Verrückt. Kein Mörder hinterm Duschverhang? Gut, gut. Anscheinend hat er das mit Pferde auch, der Joel, oder? Pferde, Weltraum und Dinosaurier. Wenn der in einem Astronautenanzug auf einem fremden Planeten auf einem Dinosaurier hätte reiten können, wäre er wahrscheinlich sein Leben erfüllt gewesen. Naja. Man hört sie, das ist so krass, die atmet so laut, man hört ihre Nase so quietschen. Aber ihre Nase ist nicht verletzt, oder? Nicht gebrochen, oder so. Ich dachte, naja, gut. Die Chefin. Maria, ich bin unterwegs nach Seattle. Ich kann es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Leute müssen bestraft werden. Ellie wird mir folgen wollen. Bitte halte sie auf. Nimm ihre Waffen. Schließ die Pferde ein. Oder schließ sie ein. Verschaff mir die Zeit, das zu beenden. Ich liebe dich, Tom. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Du hättest Leute abstellen sollen, die die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte. Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Ja. Ihr wollt euch also einfach wegschleichen. Hm. Ja. Zu Fuß? Ja. Die Stahlleute werden euch rauslassen mit den Pferden. Und nehmt Munition mit. Danke, Maria. Nur, tut mir eingefallen. Und bringt meinen idiotischen Mann halt zurück, bitte. Na klar. Na dann. Los mit euch. Bopo es dunkel wird. Ja. Bopo. Ja. Bopo. Bopo. Ja. Bopo. Ja. Ja. Die Handhabe war auf ihm und drückte ihn runter. Und Joel kam nicht an seine Waffe ran. Das sieht hier schon schön aus, ne? Ein Typ griff meine Mom an. Ich erstach ihn. Krass. Du hast gewonnen. Ja, ich bin echt knallhart. Wie verirrt sind wir? Ähm, gar nicht. Mhm. Hey, hab mein Vertrauen. Was ist mit diesen irren Kannibalen, auf die Joel und True getroffen seid? Sie haben euch mal verfolgt. Vielleicht gehören diese WLFs ja zu denen. Nein. Das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarkt-Schmuggler aus Boston? Dina, Joel hatte viele Feinde. Das ist doch sinnlos zu spekulieren. Okay. Zumindest, bis wir mehr Informationen haben. Ali, Autos. Ja, wir kommen näher. Wir sollten gut aufpassen. Alles klar. Uh, das ist cool, ne? Die Rückeroberung der Natur hat seit dem ersten Teil nochmal ganz schön zugelegt. Das war mal ne Straße hier. Coolio. Das gefällt mir. Das ist echt schön gemacht irgendwie. Der Highway. Seattle. North Seattle. Gleich sind wir da. Wollen wir uns hier eigentlich mal ein bisschen umschauen? Kann ich hier absteigen einfach? Ja. Nur dann. Schau ich da doch mal kurz rein, oder? Ja. 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 Ah. Eine Sammelkarte. The Starfire Kids. Cool. The Starfire Kids. Echter Name. Emiru und Sora Hoshi. Intelligenz 60. Muskelkraft 60. Society of Champions. Als die 14 Jahre alten Zwillinge Emiru und Sora Hoshi einen Meteoroiden in den Wäldern von Kyoto fanden und ihn berührten, erlangten die beide die Kraft der Astrokinese, die Fähigkeit, Sternlicht in Energie umzuwandeln. Sie wurden daraufhin von der Society of Champions in Gewahrsam genommen und Tresorector unterwies sie darin, ihre Kraft gefahrlos und weise einzusetzen. Eine übertrieben besorgte Art, äh, seine übertrieben besorgte Art vertrieb die Zwillinge schließlich jedoch. Jetzt leben sie auf der Straße und versuchen allein den Sinn und Zweck ihrer Kräfte auf den Grund zu kommen. Gesinnung Helden. Und was machen die dann mit der Energie? Ich meine nur, wenn die jetzt die Sternenergie umwandeln in Energie, in welche Art von Energie wandeln die die um? Und was machen sie damit? Eine Seattle-Karte. Willkommen in Seattle. Das kann doch nicht schaden, oder? Ja. War was Gutes da drin? Wir sind alte Touristenkarte. Tja, das ist doch was. Na, es ist, es ist was, ja? Irgendwas ist es. Das stimmt. Oh. Cool. Das ist schon alles sehr schön gemacht hier, oder? Ich muss mal kurz was überprüfen. Nee, schade. Der Kofferraum sah so verdächtig aus. Noch dazu, weil hier die Rückleuchte so rot ist. Kein anderes Auto hat so eine rote Rückleuchte. Ich dachte, das wäre vielleicht so ein Signal der Programmierung zu sagen. Hey, guck mal. Wir haben hier was Geheimes versteckt für dich. Schau doch mal. Aber nö. Das Pferd ist der wahre Held in der Geschichte. Wow. Ist das die Quarantäne-Zone? Uh. Ja. Schau mal nach oben. Ich frage mich, ob es noch sowas gibt wie Militär und Polizei und diese Zonen und so weiter. Oder ob das mittlerweile alles zerfallen, überrannt oder durch Rebellion von innen heraus Kaputschki gegangen ist. Was? Da ist was. Ein alter Lappen. Was will man mehr? Okay. Ah, okay. Ich hab's mir schon gedacht. Ist noch nicht gerendert. Die vier Stufen der Infektion. Das kennen wir noch vom ersten Teil. FEDRA-Stufen der Infektion. Infektionsstufe 1. Der Cro-Dizeps hat die motorische Funktion des Opfers übernommen. Schnell und wendig. Infizierte der Stufe 1 sind gewöhnlich in Gruppen unterwegs. Nicht überrennen lassen. Infektionsstufe 2. Nutzt die Umgebung zum Verstecken und Angreifen. Der Opfer aus dem Hinterhalt. Greift oft von der Seite oder von hinten an. Mit Vorsicht nähern und Umgebung überprüfen. Infektionsstufe 3. Völlig blind, aber geschärftes Gehör. Spürt Beute mit Hilfe von Echo-Ortung auf. Auf Abstand bleiben. Stufe 3-Infizierte sind für ihre heftigen Angriffe bekannt und sind extrem tödlich. Infektionsstufe 4. Selten, aber gefährliche Weiterentwicklung der Infizierten der Stufe 3. Unglaublich stark. Können säurehaltige Geschosse schleudern. Nicht angreifen, wenn nicht absolut nötig. Stimmt's! Es ist schade. Wiss ich? Ich helme es. Ich helfe dir in den Kurzen. Ich helfe. Wies ich. Doch es ist? Wies ich. Schrauben. Man muss nur an die Schrauben glauben. Dann wird alles gut. Davon bin ich überzeugt. Werdet jetzt Mitglied der Religion der Schraubologen. Die Schraubologie. Damit auch ihr eure Mutter findet. Die zu eurem Gewinde passt. Schauen wir mal. Wenn du zum Tor kommst, such nach einem Soldaten namens Kiran. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe. Dann gib ihm das Kilo. Das Kilo? Und er wird dich reinlassen. Viel Glück. Ich schätze mal, Soldaten gibt es hier schon lange nicht mehr. War was Gutes da drin? Ziemlich leergefegt. Mhm. Mhm. Da ist eine gelbe Leiter. Da müssen wir also hin. Aber wie kommen wir da hin? Darüber? Ich sehe schon. Okay. Alles klar. FEDERAL DISASTER RESPONSE AGENCY Na, geh rein. Geh hoch. So, jetzt passt auf. Einmal hier. Und einmal Hupsi. Und einmal Flumpsi. Und schon sind wir quasi schon halb da. Oder Viertel. Oder so. Oh, puh. Es ist beinahe in die Hose gegangen. Okay. Räuberleiter! Dina, hey. Hilf mir hier hoch. Ich halte die Augen offen. Versuch, das Tor von der anderen Seite zu öffnen. Klingt gut. 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich würde in Wirklichkeit sterben. Ich würde sagen... Ah, weißt du was? Rache, popache. Geh mir nach Hause. Bevor ich hier rüberspringe. Vergiss es. So, zum Glück ist Ellie nicht so feige wie ich. Sonst wäre das Spiel jetzt vorbei. Wisst ihr was? Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich die guten Wertungen von dem Spiel gesehen habe im Vorfeld auf Metacritic, habe ich mir gedacht... Habe ich mir gedacht, das ist bestimmt wieder so ein super krass narratives Spiel, super inszeniert und alles ist ganz klar und das Gameplay wird wahrscheinlich wieder vernachlässigt und kein interessiert. Aber es stimmt nicht. Das Gameplay ist vollkommen in Ordnung bis sogar gut, richtig gut. Das wird sich erst noch zeigen, ob das auch dann abwechslungsreich ist, ob die Progressionsmechanik motivierend ist, ob die... Ne, das zeigt sich noch, aber ich glaube, das hat wirklich Potenzial, den ersten da nochmal bei weitem zu übertreffen. Weil Uncharted dagegen hat irgendwie so gut wie kein nennenswertes Gameplay. Ein bisschen Klettern, aber das ist eher so ein bisschen, ne... Das geht ja fast von allein. Und ein bisschen Shooter, Deckungsshooter, aber naja, mein Gott, ist jetzt auch nicht gerade, ne, super tiefgehend. Aber hier gibt es sehr viele Mechaniken, die gut ineinander greifen. Gefällt mir gut bis jetzt alles. Gutes Spiel. Also nicht nur guter, interaktiver Film, sondern auch gutes Spiel. Das finde ich gut. Yeah. Der Chessmaster. Brains 100. Muskeln 40. Zugehörigkeit keine. Nach einem Zusammenstoß. Nach einem Zusammenstoß mit dem multidimensionalen Helden Tesseract. Der ist anscheinend, der ist eine sehr zentrale Figur, oder? Der ist Tesseract. Von dem hören wir dauer an. Konnte das kriminelle Superhirn Calypsofos plötzlich jede mögliche Auswirkung seiner Entscheidungen sehen. Bevor er sie getroffen hat. Ja, das macht ihn dann quasi zu einem Videospielprotagonisten im Endeffekt. Also ein Videospielprotagonist muss die Entscheidung erstmal treffen, damit der Spieler die Auswirkungen kennt. Aber dann kann man neu laden und weiß, was passieren wird. Naja, da er jetzt Dutzende von Zügen im Voraus sieht, der sehen kann, nennt er sich seither Chessmaster. Seine neue Fähigkeit hat aber auch ihren Preis. Er hat zwar ein Vermögen damit gemacht, andere Kriminelle bei der Planung ihrer Verbrechen zu helfen, doch das Wissen um alle möglichen Folgen seiner Entscheidungen hat ihn zur Unentschlossenheit verdammt. Er schafft es nicht, seine Kräfte für sich selbst einzusetzen und ist darauf angewiesen, dass andere für ihn entscheiden. Zelda, wenn du deine Einheit ans Tor eingenommen hast, öffne es und stimmt euch mit Jonas' Einheit ab. Vielleicht, was hat denn die Zelda schon wieder vor? Die nur Blödsinn im Kopf, die Katze. Äh, unsere Spitzel unter den Flüchtlingen sind bereit. Niemand von der Fedra soll überleben, okay? Sobald ihr alles unter Kontrolle habt, bietet den Flüchtlingen im Gegenzug zur Loyalität mit der WLF, der Washington Liberation Force, die Aufnahme bei uns an. Aha, aha, dein Überleben sei lang, Isaac. Also die Washington Liberation Force hat quasi diese Zone, diese Quarantäne-Zone hier überrannt und das Militär, also das Fedra-Militär, ausgeschaltet. Alles klar. Deswegen heißen die so. Liberation Force, meine ich jetzt. Ziegelstein. Nein, na, dann bin ich mal gespannt, ob wir den gleich brauchen werden. War klar, dass das nicht geht. Warum nicht? So, Leute, ich glaub, wir machen jetzt Schluss für heute. Alles Personal, Report, Annie, jeder Verdächtige, bla bla bla, sofort melden. Todesstrafe, holy shit. Ja, aber die brauchen sich nicht wundern, dass die dann von irgendwelchen Liberation Forces alle abgeschlachtet werden, wenn die hier so eine Militärdiktatur mit sofortiger Todesstrafe wegen jedem Pups einführen. Ist eh ganz klar. Na ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.